Hallöschen Leute, heute gehts wieder weiter mit Watchdogs und ja, der Einladung nimmt mal wieder mal diese Damien. Aber das haben wir ja alle schon gehört, was der so labert und so. Aha. Lies mal beginnen. Aha. Okay. Jupp, ich fahr grad hin. Genau. Genau. Das finden wir wahrscheinlich noch aus. Mh, wow. Der da einfach rum, ne? Kann ja nicht sein. Mh, da, 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 da. Wow. Wow. Oh, ho, 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 ho. Ihr könnt rumschreien, wie ihr wollt. Ihr, äh. Was sind denn hier für Geräusche? Was, äh, äh, äh. Denken wir manchmal auch hier, die haben irgendwie zu viel getrunken. Oh, hinter mir ist ein Polizist. Oh. Wie die ausweichen. Genial. Äh, äh, da hinten komme ich jetzt nicht hin. Verständlich, oder? Äh, äh, ich muss erst mal hier runter. Es regnet schon wieder wie sauer. Kann ja nie wahr sein. Was ist denn das hier? Erinnern. Ach, aber das ist mit diesem, mh. Wir wollen uns nicht erinnern hier, Leute. Ja, ne, 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 ne. Das ist ja schön. Oh. Oh. Da sehe ich schon eine Holzplanke, ne. Und trotzdem. Hält das Auto das, äh, äh. Hält die Planke in der Auto aus. Oh. Krasses Ding. Das geht hier ab. Wo soll ich denn dann von? Hm. Oh, ne Tür geht auf. Auch mal gut. Hä? Ich schreie nicht rum. Hm. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hecke das Pornikontrollzentrum. Dann kann es losgehen. Okay, hier muss ich erst mal diesen Pornikontrollzentrum. Aber das ist doch hier alles. Springen. Nein, du sollst springen und dann ist das Wasser. Ah, der Kerl. Nahbereichsverletzung. Interessant. Muni ist das, aha. Da oben steht hier noch rum. Ah, komm. Schalte ich mal so aus. Ganz in Ruhe. Oh, oh. Muss ich ja hier runter. Okay. Muss ich erst mal gucken, wo ich hier lang muss. Ähm. Um diesen Wachen. Um diese Wache da auszuschalten. Cool. Cool. So. Wo war hier eine Kamera? Ich habe gerade eine Kamera gesehen. Da. Okay. Das ist zu springen. Springen. Ja, mal einen Bullen auf dem Spingen. Okay. Da ist er, oder? Unser Ziel. Cool. Hecken. Und jetzt muss ich wohin? Ah, da hinten. Gut. Wenn es da hinten ist, kann ich nicht einfach irgendwo hier rumlaufen. Einfach um die Berg herum? Ähm. Ne. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Schade. Ja, ich weiß, dass ich bei Gebiet betrete. Das finde ich auch nett, dass du es mir sagst. Hm. Hm. Du hättest schwirren können, ne? Hehe. So macht man das, Leute. So macht man das. Und Serverraum. Zack. Äh. 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 Ah, mein Gott. Oh, jetzt kann ich diese Leute hacken. Yes. Machen wir erst mal das und dann tun wir hier uns darauf konzentrieren. Äh. Ja, auf dieses andere da zu hacken, ne? Also machen wir erst mal das. Gucken wir Bilderchen an. Schnelle Bilderchen. Hm. Nein, krass. Zwei, fünf. Okay, das ist gut geworden. Äh. Okay. Das verstört mich schon irgendwie. Ja, Baby. Okay, das ist etwas störend. Was gibt es denn da? Äh. Sie werden uns danken. Überall erhältlich. Hey, warten Sie nicht länger. Holen Sie sich noch heute Ihre Schussimpfung. Aha. Das klingt nicht so wirklich, äh, gut. Ich muss doch die Kamera da nehmen. Und jetzt? Hecken wir erst mal das Ding. Dum dum dum. Hm. Gibt es nicht so allzu viel zu sehen? Oh, ist jemand da. Hey, Baby. Was soll ich für dich tun? Ähm, ich schätze, irgendwas Geiles? So einer bist du. Gefällt dir das? Ja, genau so. Wie wär's mit einer Privatsession? Oh, was? Was würdest du denn tun? Probier's aus, dann weißt du es. Oh, Courtney? Courtney, bist du das? Oh, fuck! Äh. Oh mein Gott. Ähm. Das ist mir nicht peinlich. Warte, mir hört's doch gerade eben. Nicht? Wo da? Oh, baby. Du siehst so geil aus in dem Kleid. Und die Abtreibung tut mir leid. Oh yeah. Und jetzt geht's ab. Ich find's so genial. Ich werd eine Legende. Let's roll. Hey, ihr werdet draußen im Internet. Was strömt da das so je? Ähm. Ja gut. Interview mal das Ganze hier. Tja. Oh, oh. Ähm. Oh, ja. Was geht ihr vor euch? Ich geh alles sich vor sich, dicker. So. Ähm. Wir können dieses Gebiet verlassen, wenn wir ein Boot benutzen, theoretisch. Find ich jetzt ein guter Vorschlag. Ähm. Mist, hab jetzt Guckin des Hündschatz genommen, ne? Gemacht. Schade. Was ist Bezirkszugang, feige Charlotte? Okay. Ja. Hm? Kenny. Kenny, signal. Kenny. Mhm. Nun zurück zu dir, Kenny. Kenny, Kenny, Kenny. Äh. Bin ich hier hoch? Ah, cool. Ich würd mal die... Ich hab hier so ein relativ krasses Boot, ne? So ein neues. Und so ein altes war ich, glaub ich, schon drin, ja. Guck mal, der kann rückwärts fahren. Hier, wenn ich nach rechts mache, dann... Hat der Tritt schon rechts, ja. Coole Sache. Okay. Fahr mal ein bisschen mit dem Boot, würd ich sagen. Obwohl, hier vorne ist es ja gleich. Gang für Stick. Ja, ja. Puh. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut.